Ich wohne in Sankt Anton Amalberg und Stanton Park ist mein Homepark Bei mir hat eigentlich alles hier in den Stanton Park angefangen vor ca. 12 Jahren. Ich hatte durch das SCA News School Team vom Skiclub Altenberg eigentlich zum Freestyle kommen. Ich habe als erster Skiclub im Stanton Park ein Training angeboten und habe da dann meine ganzen Tricks und alles gelernt und das hat mich mittlerweile bis zu zwei Olympiaden geführt. Der Stanton Park ist klein, aber richtig fein. Er ist immer perfekt geschät und man hat einen kurzen Lift, wo man sehr viele Runs macht und das ist eigentlich perfekt zum Trainieren. Das war's für heute.